Hallo, wir sind Anne, Patricia und Steffi und wir sind das Redaktionsteam beim PfalzEcho. Wie ihr seht, haben wir eine Menge zu tun. Deswegen suchen wir Unterstützung. Also, wenn ihr Lust habt, Teil von unserem Team zu werden, meldet euch bei uns. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017